So, da sind wir wieder zurück. Mama Mia, ey. Jawohl, wir fliegen zurück. Alter, was für eine Explosion. Leckt mich am Arsch, geht das ab. So, mehr Zweckkampfflugzeug, das nach... Naja, gut. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt die. Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Er hat ja gar nichts angezeigt. Aber die ist dafür vorgesehen... Ja, dann müssen wir jetzt Bodenraketen. Was ist das denn hier? Waffentyp Schnellzielluft-Luft-Raketen. Langstrecken-Luft-Boden-Raketen. Also die können wir für beide nehmen. Gelenk-Panzerbrechende Bombe. Ja, was brauchen wir denn? Ja, um keine Scheiße zu machen, nehmen wir einfach die mit. Ich weiß es nicht. Er hat doch gar keine Mission-Einsatz, was er erzählt. Ja, gute Frage. Nächste Frage, wir werden es gleich sehen. Laden, laden, laden. Er lädt und lädt und lädt. Oh, was für ein geiles Check. Beli-Kontrolle an Transportflug. Werden angegriffen. Nicht landen. Wiederhole. Nicht landen. Was ist mit den Transportflugzeugen? Beli-Basis, hier ist Warwolf. Was ist bei euch los? Hier ist Beli-Basis. Bodentruppen greifen an. Scheiße. Die Transportflugzeuge mit Medikamenten und Ärzten an Bord können nicht landen. In Ordnung. Beli-Basis, wir sind unterwegs. Roger, Warwolf. Danke. Okay, wo müssen wir hin? Zeig es an. Warwolf-One. Was machen wir, Colonel? Beschützen wir die Basis oder die Transporter? Warwolf, greift die Jäger an. Roger, Warwolf. Der Rufname der Transporter ist Sova. Sova, hier ist Warwolf-One. Bleibt auf Position, bis wir hier aufgeräumt haben. One. Danke. Gatz, was sagt dein Tank? Ich würde sagen, der Helden kommt den Jungs und tankt ihn dann. In Ordnung. Warwolf-Staffel, 2 kommt mit mir. Alle anderen zurück zur Basis. Terror. Negativ, 3. Ja, ich drück noch 10. Aber Iliots-Staffel braucht euch für den Erkundungsflug. Warm, Junge. Geh kacken, Alter. Wo ist die Waldfee von mir? Ja, die Waldfee. Mal gut, dass niemand weiß, dass da Rumpelfietchen heißt. Komm, lass mich ansaugen, komm. Wobos, Achtung! Seidlich gesucht, unterstürzungen, untersehen. Jetzt haben wir ihn. Roger Tower, wir kümmern uns um sie und kommen ganz für euch. Nischung. Komm, wir kriegen mal, komm. Jawohl. Jawohl, ein. Komm, noch mehr, komm. Ach, Mann, ey, komm. Komm. Fassst du. Nischung. Tschüssi, Koski, Alter. In Reichweite. Scheiße, zu spät, zähl gedrückt. Bisschen langsamer, einfach ein bisschen Abstand zu werden. Boss, erledigen wir das Ziel. Oh, die sprengen sich richtig an, keine. Das könnte so schafft werden. Komm. Komm. Ich krieg dir nicht dieses Tages. Ziel erfasst. Ja. Ja. Pfeffer. Schissi, Koski. Warwolf, die Luft ist bereit. Danke. Warwolf, hier ist Molot. Wir nähern unserer Position. Wir beschützen die Transporter und ihr die Basis. Warwolf, danke, Molot. Warwolf 2, zurück zur Basis. Roger, Warwolf. Ich folge dir. Feuer. Magic on Warwolf 1. Warwolf, Feinstaffel fliegt auf euch zu. Roger, Magic. Warwolf, wir werden mit Raketen zerstört. Wir kümmern uns um das Problem. Raketen zerstört. Ziel erfasst. Ausneutralisiert. Danke für das. Oh, hei. Zurück. Vorwolf, Feind verstärkt vor den Offensive. Wir brauchen Unterstützung. Okay, wieder mit diesem Anflugmodus. Roger. Okay, okay, okay. Wo ist das erste? Da. Jetzt haben wir noch gut so hingekriegt. Dann nehmen wir mal eine normale Rakete. Da halten wir bitte eine Rakete drauf. Da nochmal Rakete. Wir werden befasst. Erbitten von Unterstützung. Wir nehmen den Laden auseinander. Panzer zerstört. Panzer zerstört. Wo? Unter uns. Die Fliege sind noch in Sicht. Roger. Wir fangen sie ab. Fall. Wir stehen unter starkem Schub. Greift im Süden ein. Muss neu anfliegen. Zerstört. Zerstört. Racer. Jawohl. Neutralisiert. Guter Schutz. Fine Warmer, Amerikaner. Intensiviert Angriff auf weißen Stellung. Neuer Anzug. Roger. Gatz, du folgst mir. Okay, roger. Erfasst. Tschüssikowski, Alter. Fahrzeug zerstört. Jetzt habe ich gleich zwei rausgeschickt. Schön. Scheiße, zu viele. Das ist ja. Verdammte Runde. Euch zeige ich. Feuer. Luftabwehrgeschütz zerstört. Fahrzeug zerstört. Lechern. 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 Panzer zerstört. Nicht gut. Es sind noch viele übrig. Beginne neuen Anflug. Jetzt wird aufgeräumt. Treffer. Guter Schutz. Lechern. Wir müssten eigentlich den neuen Anflug suchen. Kommt der Lüge. Alle hier Zebotentruppen nehmen großen Schab. Keine Unterdrückung als Priorität. Punktkontakt gewohnt. Beidee Stattung. Ziel zerstört. Ziel zerstört. Bei dem ganzen Stattfeuer fliegt die Stattung. Schau. 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 Fahrzeug zerstört. Schau. Und los geht. Treffer. Zerstört. Jetzt ist Schluss mit Sustig. Passen wir es an. Ziel zerstört. Fahrzeug zerstört. So ein neuer Anflug. Na komm, ich drück doch C. Jäger erfasst. Lass ihn bluten. Ja komm. Jawohl, jetzt hab ich dich, du kleines Arschgesicht. Komm her. Alligierte Botentruppen nehmen massiven Schatz. Ja, mein Gott, wenn... Geht nicht. Na ne, okay. Helfer. Er ist voll. Ziel erfasst. Alliierte Kräfte ausgelöscht. Mission gescheitert. Ja lol. Lecken mich doch alle an einem Vorhaut hier. Es kann doch nicht sein, ey. Mann, Mann, Mann. Also ich hab auch wieder scheiß Raketen ausgewählt. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Feind verstärkt Bodenoffensive. Total scheiße, die Dinger. Unsere Verteidigungslinie bricht ein. Roger. Ja, ich zieh doch. Oh mein Gott, die Sicht, ey. Man sieht dann gar nichts, ey. Boah, ich krieg hier heute echt noch einen Koller. Viele sind noch in Sicht. Roger, wir fangen sie ab. Weißen, wir stehen unter stärkem Beschuss. Greif den Süden ein. Das spüren. Nächster. Boot neutralisiert. Wunder Schuss. Prime Warman Amerikaner. Inkongruiert Angriff auf feindliche Stellung. Roger. Ausgangspunkt erreicht. Gutsch, du folgst mir. Okay, roger. Fahrzeug zerstört. Luftabwehrgeschütz zerstört. Mann, diese Video-Zinn, die ist schön und gut. Ja, aber es stört. Gerade wenn wir hier volle Pullern fighten müssen. Stört es wirklich extrem. Feuer. Feuer. Ich drücke C. Jäger erfasst. Lass ihn bluten. Mehr von. Mehr von. Nichtsum. Ja. Mann, 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 Mann. Alligierte Bosentruppen nehmen großen Schab. Seinsunterdrückung hat Priorität. Nichtsum. 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 Unlustig. Treffer. Zerstört. Jetzt ist Schluss mit lustig. Packen wir es an. Fahrzeug zerstört. Schön. Ja, aufgeräumt, glaube ich. Können wir jetzt endlich aus dieser scheiß Sicht raus. Das macht richtig Spaß. Machen wir sie platt. Roger. Roger, Partner. Erledigen wir sie. Alligierte Botengruppen nehmen massiven Charme. Sie halten das nicht aus. Treffer. Ziel eliminiert. So. Mama mia, ey. Fahrwoll. Vielen Dank. Letzten Krieg vor. Ja, ja. Macht man. Alter Schwede, ey. Was kommt jetzt hier schon wieder? Fahrwoll. Feindliche Flugzeuge im Anflug von Nord und Nord-West. Fahrwoll. Wir besiegen Wodelsgruppen. Wir müssen die Jäger besiegen. Roger. Das machen wir doch gerne. Komm, den holen wir uns. Komm, den holen wir uns. Amerika, wir werden überall alle Schiffmaschinen. Boah, hoch mit dir, du kleiner Hobelpopel. Jetzt wird aufgeräumt. Wir wurden getroffen. Wir haben Verluste. Warwolf, halt zu. Warwolf, roger. Check ihn auf. Scheiße. Ich komme. Ja, den habe ich. Ich gebe nicht auf. Die Kerle nerven mich, Kerle. Alter Schwede, hätten wir mal hier irgendeine anderen Raketen genommen. Boah, gleich der nächste hinter uns. Ziel erfasst. Wieder einer hinter uns. Komm, jetzt hol ihn doch. Ja, endlich ist einer weg. Aber der nächste hinter uns. Jawohl. Den holen wir uns. Erfasst. Scheiße, Mann. Wurschtig haben, den. Treffer. Noch drei Ziele. Beinah weniger. Jawoll. Noch welche.